es ja willkommen zu einem Lekt Moin Croft und ich habe erledigt ja unsere heutige Missionen ich mag gleich mal ein paar ja auch gut oder du machst Tag Welt Teil der Welt nur für ein Thema 10 aufzubauen größer als nicht schlimmer, größer als nicht besser und ja es muss egal wie groß ich war auch in jedem Ort zu prüfen er hat wir wurden vorher schon gestandet und ich würde sagen aber er hat gesagt hat gewonnen der andere muss in dem ich nicht gern und ja noch mal kurz noch kurz aufs Leben noch eröffnet da auch nicht noch okay und da auch egal wie es aussieht oder egal wie hoch auch noch nicht annehmen ich habe scheiß leckte ich meine der Vorteil für mich ist mein Server ich kenne am besten auch kommen das ist immer zu sehen man hat immer zu nehmen dafür brauchen wir nicht wir sind und wird dann einfach durch die Wand genau wie James Bond wir brauchen keine Türen einfach durch die Wand mit dem Herrn Schindler durch ach ja denkt man immer auch wenn sein eigenes Kuchen hat was ja noch kurz vorhanden mit dem Rappen Schmerz zu bauen Prozent 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 Teil der Wurzeln du also damit langsagen alle scheiße wenn es geht schon mal gut seit dem neuen boden und die alten einbringen ich weiß nicht nur überhaupt zu gut da die Kutsche zu im Kopf wenn es noch nicht fertig aber er hat gesagt hat es gut gestoppt er kommt an den Baustoffen ich würde sagen dass noch ein paar Blöcke platzieren da ich würde sagen dann muss man gut Sto die Welt der Einten ich heiße ich hängt vor mit der Zeit an Lop ich habe meinen ich habe die Wände zwar schon klar mit der Ort und muss und sagt die alten auch präsentiert er hat er im Packen Platz gern ein Ziel von der Ersicht und ich habe mir fällt gerade üblich die eine demütige in drei Nein. Und du weißt nicht welches. Nein, du weißt sie auch nicht. Wenn du weißt, dann bist du mir sehr, sehr böse. Du stellst auch auf Facebook, ne? Ja. Auch nur dafür. Oh, ich weiß, was du vorhast. Der muss auf Facebook und auf jeder Pinwand schreiben, ich bin schwul. Geil, oder? Scheiße, mein MC Leck. Du hast gesagt, einen Vorteil, ne? Ich bin gerade am überlegen, welche du mit dem du bekommst. Mir fällt ein, du musst schwul schreiben. Und dass das auch jeder leben kann. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist egal, wie es aussieht, ne? Bist du fertig? Passt, ich hab' schon mal die Art Fackeln. Da brauch' nur noch Glas. Denk' an, es muss ein Glas nur rein, ne? Darf' nur ein Glas? Naja, ich hab' dir ja extra schon gesagt, woher die Anzahl, die dir geben muss rein. Darf' man auch mehr Glas? Kannst du machen. Gut, weil ich hab' jetzt irgendwie mehr als ein... Oh, wirklich, wenn ich nicht mehr Menschen. Nur noch zwei Kisten, dann hab' ich's geschafft. Und, stopp! Okay, kann's über Zahlen kommen, hier fähig. Oh, das ist auch zehnmal zehn groß. Das ist zehnmal zehn. Nein. Nicht. Doch, egal. Oh, ich muss. Oh, ich muss zehnmal zehnmal zehn groß. Das ist doch. Na, es muss mindestens, hab' ich gesagt. Na, warte, jetzt guck' mir dein Gebäude an. Ah, stopp, stopp, stopp. Wow, da, machst du. Eins, zwei, drei. Wenigstens ist es zehnmal zehn. Sieben, acht. Äh, acht. Nein. Na, in der, hier in der Lenkung. Von oben. Ja, hier. Fünf, sechs, sieben. Acht mal sieben. Nein, von hier oben. Na, da oben zählt ja nicht. Man sagt das doch. Ganz der Bleche zählt. Länge und Breite. Na gut, ich hab' die Wände nicht mitgezählt. Nun schon mal neun. Und acht. Neun mal acht. Aber epic, das Gebäude, aber epic, epic Bettel, ne? Nee. Ja, komm, epic was. Nee. Da komm, epic was. Da komm, epic was. Na komm, epic was. Ich komm, epic was. Ich komm, epic was. Ich bin Batman. Steige durch Fenstile. Ja, wusch. Weißt du, wie ich reingekommen bin? Hab's überhaupt nicht gehört. Where? Ach, er sollt schon aufhören mit Aufnahmen? Ja. Oh. Scheiße.